Moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Metronomen Battle. Heute geht's wieder regulär weiter und zwar mit Evolutionen und auch Flow-Volitionen. Heute geht's wieder regulär weiter. War das legendäres Gelocrock-Battle, was ihr euch unbedingt anschauen solltet, falls ihr es euch noch nicht angeguckt habt. War das etwa nicht regulär? Bullshit, ne. Oh, stopp. Nicht teilnehmen. Nicht teilnehmen. Was machst du denn da? Teilnehmen. Junge, ich warte seit vier Stunden auf dich. Ja, ob du dich jetzt mal beruhigst, hab ich gefragt. Nichts kann man hier machen. Oder wird dann nichts angepflaumt? Oh, Kaffee. Das ist ein guter Dings. Guter Call. Guter Schliff. Das war ein Call. Das war ein guter Schliff. Junge, warum ist die Omi eigentlich so unförmig? Da kann das nicht wenigstens ne Gilf sein. Hi. Na? Ne Gilf. Ne Gilf. Was hast du jetzt dagegen schon wieder? Junge, kannst du nichts sagen, ohne verurteilt zu werden? Das ist so traurig. Guck mal, du kennst ja mittlerweile... Ach du Scheiße. Mittlerweile kennt man ja Milf ganz gut und Gilf ist im Kommen, sag ich mal. Kennst du schon die G-Gilf? Die G-Gilf? Die Grand Grand Mother, Alter. Oh, weiß ich jetzt aber auch nicht. G-Gilf. G-Gilf. Gleiche Schändung muss man ja jetzt nicht betreiben. Hallo? Hallo? Die Eltern... Hallo? Hallo? Hey, es gibt doch schon Omas mit 40. Die ist ja denn 60. Es gibt ja noch G-Gilfs. G-Gilfs? Okay. Ja. Was für Aquaman verliebt sich in Felinara? Ja. Auf ganz gechillte Basis. Ach du Scheiße. Hat sich gar nicht gelohnt mal wieder. Und jetzt die Para. Nein, nicht Para, nicht Para, nicht Para, nicht Para, nicht Para. Nein, ja, ja. Let's go, meine Freunde. Da sind wir sowas von drin. Ich will das doch aber nicht. Yummy, yummy, yummy. Nee. In mein Tummy. Das hast du ja jetzt nicht gemacht. Du hast nicht ne Prunussperre, du Ekelhafter. Du spielst jetzt nicht Überreste, oder was? Nee, Muschelglocke, hä? Überreste sind gebannt. Ja, ist doch okay. Was spielst du Überreste? Ob du dich beruhigst, hab ich gefragt. Hallo? Kann der Blocki rauskommen zum Spielen? Ladevorgang, na gut. Warum boostet der sich denn? Wie scheiße, was ist denn mit ihm? Ja, weiß ich auch nicht. Was hat denn der jetzt mittlerweile? Komplimator, Ladevorgang? Das war's. Wow. Wow. Aber es ist gar nicht so schlecht, während Aquaman eh nichts mehr machen wird. Oh, ja. In seinem ganzen Leben. Felinara wird auch nicht mehr durchkommen durch die Para. Und nach Tara ist sowieso nicht in der Lage-Damage auszuteilen. Wie gut sieht diese Muschel denn aus? Diese Muschi. Musi. Okay. Von der Oma-Räge. Was ist das? Was? Kopierst du! Nee! Du kopierst nur die Boost, ne? Weißt du. Ach du Scheiße, du bist jetzt plus ein Spezial-Verteidigung, plus zwei Angriff, Spezialangriff und Initiative und Fluchtwert auf plus zwei. Ja. Und ich finde das gut. Und du hast Magie-Shields-Spiegel. Oh ja. Magie-Shields-Spiegel. Magie-Shields-Spiegel. Beides in einem. Dieses Psihana ist fucking scary, okay? Können wir das mal so sagen, wie es ist? Das war nicht so schlechter Schaden für den Toru-Tree. Ach du Scheiße. Wenn der irgendwann Kraftvorrat bekommt, dann ist es alles tot dann. Dann geht's doch mal eh auf. Boah, sehr effektiver Giftstachel, Bruder. Drück doch Giftstachel auf Psihana und vergifte den einfach so richtig ehrenlos. Junge, Aquaman. Jo, es ist so schön. Ich baue nie wieder ein Avengers-Team, Alter. Es lohnt sich nicht. Es ist alles Mist. Ja, zu Recht. Muss doch alles nicht sein. Zu Recht. Was ist euer Lieblings-Avenger von den vier, die ich heute mit dabei habe? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Och du Heilige. Oh, ist das schön. Du hast auch kein Item mehr, ne? Richtig. Nein. Oh, ist das schön. Nein. Dieses Psihana ist so broken, Alter. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Ich war jetzt schon drei oder vier Mal in Folge, Alter. Schambolzen ist so ein dummer Muu, äh, die dumme Fähigkeit. Es ist halt echt so dumm wie Downy, ne? Es ist unfassbar. So dumm wie Downy. Dumm wie Downy. So, jetzt töte irgendwas. Psihana. Lass mal jeden, lass mal jeden Pokel, ich weiß, was hier nachkommt. Solarstrahl, Sonnen, Solarklinge. Alles, beides. Chlorophyll, Eruption, Eruption. Oh, ich hab Fuli-Purba. Oh! Aquana wird uns doch eine Weile erhalten bleiben. Ja, mal gucken, ne? Let's go! We are back in business. Oh, wieder bei 50% stark. Oh ja, und jetzt wieder nichts machen, oder? Komm. Oh! Er kommt durch! Explosion. Ich sag's dir. Oh! 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 Halt's mal! Hast du gesehen, wie süß der mit seiner Tatze einfach nur so gemacht hat und dann plötzlich so ein Komet runtergeflogen ist aus dem Himmel? Junge, Aquaman einfach ein Gott! Aquaman, echt ein Gott. Ey. Tatze auch mega stark, Crit. Ey, sieht man, sieht man den Punkt. So asozial. Ey, aber jedes Item, was gerade auf dem Feld ist, hat was gebracht bisher, ne? Joa. Was hat Aquana? Äh, Leben-Op. Leben-Op! Niedertrachtung. Halt's mal. He's still alive! Lunar-Gebet! Nicht jetzt, sondern dann. Elektro-Pizza. Elektro-Pizza. Okay! Erster Kill geht an mich. Okay! Im Sudden Death hätte ich gewonnen. Ähm. Okay. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es im VGC Sudden Death geben kann. Junge, wie triffst du denn? Ja, easy. Bist du dumm? So ein Dreckseite mit dem Metronomen-Bettel, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Ja, Leben-Op ist shit. Aber ich dachte mir, mit H2O-Absorber zusammen könnte das vielleicht ganz cool sein. Okay, bist du bereit für meinen nächsten Superheld? Ja! Okay. Feuerwehr-Man? Ja. Das geht ab! Das ist so bad. Ah, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich muss das jetzt einfach respektieren an der Stelle. Ja, musst du auch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die Terra so gut finde, aber ich überlege mir vorher immer coole Terra-Kristallisationen und hier ist es. Der Feuerwehr-Man ist bereit zu löschen. Aber es geht noch weiter, wenn du mich nicht tötest. Bitte töte mich nicht. Kann Folie-Poma bitte verschwinden? Du hast die Sonne für Folie-Poma aufgesetzt. Ja! Jetzt noch schöner Feuerwehr-Berben in der Sonne. Let's go! Okay. Into Crit. Ja, finde ich in Ordnung. Ist perfekt. Nice. Genau so muss das. Let's go. Lass den Feuerwehr-Man leben. Lass ihn leben. Lass ihn leben. Lass ihn leben. Ach, du shit. Das ist okay, weil ich wieder synchronisiere. Oh! Oh! Das ist ein Feuerwehr-Man gemisst? Hat das nicht 100%? Oh! Das war deine einzige Möglichkeit. Den zu besiegen. Den zu besiegen. Und es ist gehappent. Jawohl! Da platsch ich aber so. Da platsch ich im Meer des Feuerwehr-Manns. Ja, ich glaube auch. Da platsch ich aber sowas von. Ach, du Schreck. Eruption in der Sonne. Oh! Was ist passiert, hä? Der Feuerwehr-Mann. Was ist denn jetzt eskaliert? Er ist es. Und es war es noch nicht. Wow. Ja, er hat Adrenalin. Ja, ist schön. Aber was war das denn? Ich hab nur noch Flitzer nahe. Ich hab Eruption gecallt, ne? Bis eben stand es einfach... Ich stand so broken da und plötzlich ist alles schief. Und plötzlich hast du keine Chance mehr. Wie ist das aus dem Ruder gelaufen? Das konnte gar nicht schief gehen. Der Feuerwehr-Manns. So ein geiler Superheld. Da kannst du kein Auge drauf machen. Ich bin auch ein Feuerwehr-Mann. Weiß ich jetzt nicht. Du brennst... Aber ich brenne. Lösch mich wieder. Komm. Lösch mich. Okay. Ohohohoho! Was? Dieses Battle hat irgendwie sehr an Tempo zugenommen, hab ich das Gefühl. Du bist jetzt Psycho. Ich bin gar nichts. Oh, es funktioniert aber nicht. Ja, weil ich geterrat bin. Oh, schuldigung. Ja, aber das wäre nochmal interessant gewesen, ob das überhaupt geht. Also ich hätte auch gesagt, geht eher nicht. Aber ich wusste es bisher nicht. Ja, sehe ich den Punkt. Junge, was ist dieses Battle? Blitzer, du musstest für mich noch reißen. Ich kann das nicht verlieren, Alter. Das geht nicht. So schlecht sieht der gar nicht aus gerade, ne? Vital-Glocke. Aber bist du dumm. Das wäre geil, wenn du mich jetzt befreit hättest von meiner Statusveränderung. Das wäre sexy gewesen. Ja, aber ist halt nicht passiert. Ja, nimmt mal mit. Alter, was denn? Dein Spätzlef dürftet besser sein als deine normale, ne? Drachenpuls. Ja? Ich weiß jetzt nicht, Mann. Ich hätte gerne so einen physischen Flammenblitz genommen. Scheißegal, ob du Wasser bist. Du wärst einfach gestorben. Gibt's vermutlich. Aber dreimal. Kann man so sehen? Ja. Ich glaube, ich wollte jetzt einfach, ich weiß nicht, ein Erdbeam oder ein Zauberschein. Sowas in die Richtung. Surfer. Zauberschein. Surfer. Zauberschein. Nicht doch Traumfresser, Mann. Du bist so eine dreckige Enttäuschung, Blitzer, jedes Mal. Niemand kann dich leiden. Und jetzt weißt du auch, warum nicht niemand leiden kann. Was für Lunargebild schon wieder. Jetzt habe ich gespuckt. Es ist... Einfach gekotzt. Einfach so richtig gekotzt. Ey, er ist so ein guter Supporter für den Feuerwehrmann. Der heilt auch noch die Verbrennung, ne? Erstmal. Glaube ich, oder? Ja, ist gar nicht so cool dann. Aber, äh, kommt ja wieder. Kraftvorbau. Schade. Stark. Ey, brett wieder. Das Feuer kann nicht gelöscht werden. Blitzer, du musst helfen. Ja, aber deine Vergiftung ist auch weg auf Flamara. Äh, auf Nachtara. Oh, stimmt. Auf Nakedara, ja? Finde ich gut. Finde ich gut. Bodyguard. Komm. Guck mal, du kannst nicht vergiftet werden. Ich gebe offiziell auf. Der hat gar keine... Gar... Dieses Blitzer... Der hat gar keinen Bock mehr auf Stardust. Das ist einfach Bullshit. Uh. Schade. Blitzer. Wie kannst du so ein Entwollschmerl sein? Hydropompe! Na gut. Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn du mich vergiftet hättest? Ähm, Synchro wieder getriggert wäre? Hätte dich das wieder geschützt durch Bodyguard? Wahrscheinlich. Joa, ich denke schon. Ich denke auch. Okay. Was machst du jetzt? Zauberschein? Muss nicht schlecht sein. Kann okay sein, aber hat ja bei Filinara auch... Äh, bei Psyana auch nichts gespracht. Mann. Okay. Wir müssen wieder geduldig warten. Okay. Oh. War fast annehmbar. Zumindest von meinen zwei Items weiß ich ja, was es ist. Dungeklau. Okay, einfach getroffen. Perfekt. Klar. Ja, wenn du auch vom Blitzer enttäuscht bist, dann hast du unbedingt ein Like da und schau beim nächsten Mal wieder rein. Schau bei Fluch vorbei. Weißt du, was mein letzter Superheld gewesen wäre? Wir haben fast die 1000 geknackt, also das unbedingt... Weißt du, was mein letzter Superheld gewesen wäre? Äh, nee. Mein Glaciola namens Elsa. Das ist die größte Heldin für mich. Tschüss. Ich bin letztendlich. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Vielen Dank.